Was ist denn los? Ist die Dürre wirklich so schlimm? Das ist wirklich tragisch. Diese Provinz hatte schon immer Pech. Haben sie keine Dürre, haben sie eine Überschwemmung oder eine Heuschreckenplage. Die hungern dort immer. Die sind so arm, dass sich eine ganze Familie eine einzige Hose teilen muss. Und wer darf die Hose tragen? Der zur Arbeit geht und das Haus verlässt. Hallo, entschuldigen Sie.